Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prallt die ganze Zeit mit einem Artefakt, dass er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Hier ist Ali's Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Warum nicht? Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilzen. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Auf mit der Scheiße. Gnar hat das Fell. Sehr gut. Gib mir das Gold. Nein, er hat es mir abgenommen. Du wolltest ihn belügen. Das solltest du in Zukunft besser sein lassen. Es wird dir nochmal Ärger einbringen. Typen wie dich gibt es an jeder Straßenecke. Ich werde nicht mit dir zusammenarbeiten. Zu schwer. Zu schwer.